Was hält Menschen auf? Was lässt Menschen an ihrem eigenen Erfolg zweifeln? Warum kommen sie nicht voran? Ganz klar, die drei A's sind unverständlich, die drei D's sind unverständlich, die drei E's und die vier H's. Was dahinter steckt, das erfährst du jetzt. Bleib dran, es wird Zeit für Power On! Hi, ich bin Patrick. Herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal zu einem neuen Video. Heute habe ich dir wie immer was Spannendes mitgebracht. Es geht darum, warum Ziele, Projekte scheitern. Denn sind wir mal ehrlich, Anleitung, wie wir etwas realisieren können, welche einzelnen Schritte wir gehen, womit wir starten, was danach kommt und dann und dann. Und dann gibt es doch vieles. Und ich bin auf etwas gestoßen, was es ganz gut zusammenfasst. Wieder so ein Einfluss von einem meiner Lieblingsautoren, von Robert Kiyosaki, der Richard Pult geschrieben hat, und noch viele weitere Klassiker. Und hier bin ich auf etwas gestoßen, wo es gut zusammenfasst, in vier Themen, Kapitel, vier Themenüberschriften. Und schau mal, vielleicht ist da eins dabei, was dich anspricht, wo du sagst, hm, kenne ich. Das fehlt mir an der einen oder anderen Stelle auch oder das hätte ich gerne ein bisschen mehr. Oder, jetzt sagst du und er sogar nach dem Video, Mensch, jetzt wo ich es weiß, jetzt weiß ich, wie ich das Ganze realisieren kann. Also, bleib dran, es wird spannend. Also, das Erste sind die drei Ds. Desire, Drive, Disziplin. Ja, wir kennen auch alle Leute, die haben Wünsche, die haben Ziele, die haben Träume, die haben Vorhaben, die sie realisieren möchten, finanziell frei zu werden, raus aus dem Hamsterrad, reich werden, ein Riesenvermögen anzusparen, irgendwas zu erreichen. Und was fehlt? Es fehlt der Antrieb und oder die Disziplin, es anzufangen, durchzuführen und zu realisieren. Und ich kenne das zu Genüge. Das ist für mich, ja, ich habe immer so viele Ideen. Ich bin so voller Inspiration, so voller Kreativität. Ich wache früh auf, ich habe zehn Ideen. Meine Frau ist manchmal schon so, oh Gott, das will, was hat er denn jetzt schon wieder? Und da dann auch sich auch mal eins rauszunehmen, das wirklich durchzuziehen und zu realisieren, das ist dann immer die Challenge, wo dann oftmals so der Punkt ist, ja Mensch, die Disziplin ist ja da, nur wo und wie fange ich denn an? Ich habe einen Wunsch, aber da jetzt mal so ins Handeln zu kommen, kann man sowas üben? Klar kann man sowas üben. Für mich ist eine wunderbare Analogie wie bei allem das Fahrradfahren. Ich fahre leidenschaftlich gern Fahrrad, ich bereise Länder, ich fliege irgendwo hin, buche meinen Hinflug an dem einen Punkt und den Rückflug vom anderen Punkt. Ja, zuletzt, letztere größere Reise war von Singapur nach Vietnam, nach Ho Chi Minh Stadt. Ich hatte den Hinflug nach Singapur und den Rückflug von Ho Chi Minh. Das war mein Wunsch, von hier los, da ankommen und von da zurück. Ich musste zurück, weil von da ging mein Rückflug. Am Anfang war die Disziplin natürlich so, Mensch, alles so schön, neues Land, neue Kultur, alles so spannend, wann ist man schon mal in Singapur? Und doch war dann wichtig, einfach anzufangen, sich aufs Fahrrad zu setzen und anzufangen, in die Pedale zu treten. Und dann war ich natürlich auch da und dann hat das Ganze auch funktioniert. Ja, was ich dir sagen will, eine einfache Analogie dafür, um etwas zu realisieren, ein Bild, um es wirklich darzustellen, ist Fahrradfahren. Wie kommt man am besten vorwärts? Man setzt sich auf sein Fahrrad und tritt in die Pedale und schon geht's los. Mehr ist es nicht. Und das ist es halt, was vielen fehlt, Antrieb, Disziplin. Kommen wir zum nächsten. Und zwar die drei A's. Ambition, Ability, Attitude. Ehrgeiz, Fähigkeit, Haltung. Es gibt viele Menschen, die haben enorm viel Ehrgeiz. Geht dann schon so in die Richtung krankhaften Ehrgeiz, dass es einfach durchgezogen wird mit aller Macht. Ja, ich will das jetzt haben, ich will es jetzt realisieren. Und was dann aber fehlt, ist die Fähigkeit, sich auch nochmal weiterzuentwickeln. Vielleicht auch mal zu reflektieren. Ist der Ehrgeiz jetzt in die richtige Richtung gelenkt? Geht es in die richtige Richtung? Ich habe jahrelang auch im Vertrieb, war ich unterwegs und ich hatte Kollegen, auch Teammitglieder, die waren schon etwas überehrgeizig. Die Dinge wurden durchgezogen mit aller Macht. Ja, egal was da kommt. Diese Ehrgeiz war da. Einfach Scheuklappen auf, durch. Und ohne Rücksicht auf Verluste, auf Teammitglieder, auf die Teamstruktur, auf das Klima, was drin war. Einfach Ellbogen raus und durch. Weil der Ehrgeiz, der war einfach zu stark, der war zu groß. Es musste einfach durchgezogen werden. Was halt gefehlt hat, ist, mal so ein bisschen Selbstreflexion, mal zu gucken, sich mal weiterzuentwickeln. Ist das vielleicht alles so, Anführungsstrichen, gesund? Sind da vielleicht mal so ein paar Punkte, wo man so hinterfragen kann, ja, ist das jetzt hier alles so in Ordnung? Bin ich denn hier wirklich allein? Oder sind da vielleicht nicht noch andere? Also, Ehrgeiz ja, doch gleichzeitig auch die Fähigkeit, sich weiterzuentwickeln, da auch mal zu schauen, sich selbst auch mal zu hinterfragen und zu reflektieren, was auch mal sehr gut dazu führen kann, dass Projekte nicht realisiert werden. Kommen wir zu den drei E's. Education, Experience, Execution. Erziehung, Erfahrung, Ausführung. Also Erziehung heißt auch Bildung, Wissen, was haben wir uns angeeignet. Denn es gibt so viele Menschen, die sind vollgepackt mit Wissen. Ja, der Kopf ist voll mit Büchern, mit Inputs, mit Kursen, mit Seminaren, mit Infos, mit Lesen, mit Blogs und alles ist hier drin. Und Podcasts und YouTube-Videos, zack, 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 immer rein, rein, rein. Und was fehlt? Es ist der Transfer, das Umsetzen. Denn was nützt dir denn das ganze Wissen? Wissen ist Macht, sagt man. Ja, das ist richtig. Doch was macht dich machtvoll? Was ist es, was dich wirklich machtvoll machen lässt? Was bringt dich wirklich voran? Es ist nicht das Wissen alleine. Es ist das angewandte Wissen. Das bringt dich voran. Und wenn viele diesen Hebel nicht umlegen, ja, auch das ist auch wieder einfach so ein Hebel, ja, den Hebel umlegen, den Power on, sage ich immer, ja, auf den Schalter zu drücken, ins Tun, ins Handeln zu kommen, das ist genau dieses, ja, sich vollzupacken mit Wissen, ja, aber gleichzeitig das Ganze auch umzusetzen. Ja, ich bin auch so ein, ich lese so viel, so viele Bücher, was ich mir immer rein, reinstopfe in meinen Kopf und verpasse manchmal auch so diesen, diesen Moment, das Ganze auch wirklich mal umzusetzen. Ich bin schon zu sehr im nächsten Wissensinput, ja, das macht mich halt auch aus, ich bin extrem wissbegierig und gleichzeitig verpasse ich gerne mal so diesen Moment, dieses Wissen auch wirklich umzusetzen. Ja, und da unterstütze ich halt auch gerne, um in diese Umsetzung zu kommen. Also, denk dran, Wissen ja, doch, das Wissen auch anwenden. Und darum reicht manchmal auch ein Buch und das eins zu eins umsetzen. Kommen wir zum Abschluss zu den vier H's. Honor, Humility, Humor, Happiness. Wofür steht das Ganze? Auszeichnung, Demut, Spaß, Freude, Glücklichsein. Denn, was ist es denn, was wir alle haben wollen im Leben? Wir haben doch nur dieses eine einzige Leben. Und was geht es uns denn am Ende? Auf was wollen wir denn zurückblicken? Wir wollen Spaß gehabt haben im Leben, wir wollen Freude gehabt haben und wir wollen ein glückliches und zufriedenes Leben gehabt haben. Und viele vergessen das ganz gerne beim Realisieren, beim Durchführen ihrer Projekte oder wenn sie ihre Dinge angehen, das Ganze auch mit Spaß anzugehen. Für mich ist Spaß so ein Hauptelement. Das ist für mich so wichtig, dass die Dinge Spaß machen. Ernst, ernste Dinge gibt es genug in der Welt da draußen. Doch wenn ich noch das Ganze auch nur mit Verbissenheit und mit Ernsthaftigkeit oder zu viel Ernsthaftigkeit und Beklemmung und Zwang die Dinge betrachte, hey, sind wir noch mal ehrlich, das erfüllt uns doch nicht, oder? Wir wollen noch später in den letzten Tagen zurückblicken und sagen, Mensch, war ein geiles Leben, hat Spaß gemacht, cool. Viel gelacht, klar, waren noch ein paar Tränen dabei, auch ein bisschen Ärger. Aber wir sind glücklich und wir sind voller Freude. Also, das waren mal die vier Punkte. Also die drei Ds, die drei Es, die drei As und die vier Hs. Was spricht dich an? Wo sagst du, ja, ertappt? Ja, Mensch, weiß ich, da ist genau mein Punkt. Oder vielleicht ist es sogar ein Punkt, aber du sagst, Mensch, danke Patrick, danke für das Video. Jetzt weiß ich, was mir noch gefehlt hat oder wo der Stachel sitzt. Lass es mich wissen. Lass uns gerne in den Austausch gehen. Ich bin dabei, die Community aufzubauen, da auch noch mehr zu unterstützen, dass Ziele erreicht werden, dass vorangegangen wird, dass jeder so seine Rolle, seine Position einnimmt und vorangeht. Trage dich gerne unten an den Verteiler. Lass auch ein Abo da für diesen Kanal. Lass, dass du dabei warst. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und vor allen Dingen Freude bei all deinem Tun. Macht's gut. Ciao, ciao.